Mein Name ist Michael Wolters, ich arbeite bei der IGBC in der Hauptverwaltung und bin dort als Industriegruppensekretär unter anderem für die Kautschukindustrie zuständig. Deutschland ist ja bekanntermaßen ein großes Automobilland mit Weltmarken wie Volkswagen, Mercedes, Porsche und dergleichen mehr. Und damit ist natürlich auch die Reifenindustrie, die diese Automobilindustrie beliefert, von großer Bedeutung. In unserer Organisation selber ist die Kautschukindustrie die zweitgrößte Branche. Also auch in der IG BCE hat die Kautschukindustrie eine besondere Bedeutung. Die Branche ist aus verschiedenen Gründen unter Druck geraten. Zum einen befinden wir uns gerade in einer weltweiten Automobilkrise. Es werden weniger Autos hergestellt als 2019. Das trifft dann auch in Deutschland. Weniger Autos heißt weniger Reifennachfrage. Der zweite Grund ist, dass seit 2000 sich die Autoproduktion verändert hat. Deutschland ist vom dritten Platz weltweit auf den sechsten abgesackt. China ist an Platz 1 von Platz 12. Und inzwischen werden in China achtmal so viele Autos hergestellt wie in Deutschland. Und das heißt, die Reifen für die Autos in China werden größtenteils auch in China hergestellt und nicht in Deutschland. Auch das ist ein Problem der Reifenindustrie. Hinzu kommt, dass mehr und mehr asiatische Anbieter auf den europäischen Markt drängen und damit auch Marktanteile der renommierten großen Autofirmen verdrängen. Da, wo die Hersteller Reifenwerke geschlossen haben, haben wir uns sehr engagiert eingebracht. Zum einen haben wir versucht, Alternativen zu finden für die weitere Produktion. Wo das nicht möglich war, haben wir Sozialpläne verhandelt. Und auch für diejenigen Kollegen, die noch nicht in dem Alter waren, dass sie in frühere Rente gehen konnten, haben wir Transfersozialpläne geschlossen, dass sie umgeschult wurden, um einen alternativen Arbeitsplatz in der Region zu finden. Wie weit uns das gelungen ist, lässt sich immer schwer nachvollziehen. Sie sind je nach Arbeitsmarktlage mehr oder weniger gut. Aber angesichts der allgemein bekannten Facharbeitermangels, glaube ich, gibt es gute Chancen, nach einer Weiterbildung dann auch einen neuen Anschlussjob zu finden. Also was kann die Politik tun? Aus unserer Sicht zweierlei. Zum einen müsste die EU endlich sichern, dass Dumpingreife nicht mehr in den europäischen Markt kommen. Sie drängen auch deshalb so stark nach Europa, weil die USA ihren Markt abgeschottet haben. Das ist ein großes Problem. Also die deutsche Politik muss sich ernsthaft fragen, inwieweit sie gut bezahlte Industriearbeitsplätze weiterziehen lassen will. Ein großes Argument der deutschen Werksleitung ist immer, dass die Energiekosten hier sehr hoch sind und dass es für sie mehr Sinn macht, in Tschechien zu produzieren oder in anderen osteuropäischen Ländern. Es ist inzwischen auch schwerer, aus Europa Reifen nach Nordamerika zu schicken. Nordamerika hat sein eigenes Programm IRA, wo sie sozusagen Investitionen anlocken. Und da muss die deutsche Politik eine Antwort finden, um eben die Rahmenbedingungen attraktiv zu machen, damit die noch existierenden Reifenstandorte auch eine langfristige Perspektive in diesem Land haben. Was mich persönlich ganz besonders berührt ist, dass viele Beschäftigte in den Reifenwerken über Jahre auf Bestandteile ihres Gehalts verzichtet haben, um den Standort zu sichern. Und beispielsweise in Karlsruhe hat Michelin das modernste Werk, hat durch Elektroheizung die CO2-Emissionen massiv gesenkt. Die standen kurz davor, CO2-neutral zu werden. Und dass diese Anstrengungen, dass diese Erfolge jetzt einfach so aufgegeben werden sollen, das will mir nicht in den Kopf. Ja, und es gibt andererseits auch das Werk in Fürstenwalde von Gutier, das ist keine 20 Kilometer vom Tesla-Standort entfernt. Warum man da nicht aufgrund der Nähe und der Enge, beides sind ja amerikanische Konzerne, eine Kooperation hat aufbauen können, erschließt sich mir nicht. Nun, wir engagieren uns dafür, dass möglichst viele Standorte erhalten bleiben. Wir kämpfen auch um die Standorte, deren Schließung man jetzt für die nächsten Jahre vorhergesagt hat oder die man schließen will. Und in den Verhandlungen versuchen wir auch Alternativkonzepte aufzubauen. Wir haben Studien in Auftrag gegeben. Wir werden Anfang März eine zentrale Konferenz für alle Reifenwerke in Deutschland organisieren, wo wir mit den Politikern und auch mit Alternativszenarien ins Gespräch kommen und die Alternativszenarien auch aufzeigen werden, in der Hoffnung dann für den einen oder anderen Standort nochmal eine Perspektive entwickeln zu können. Und ansonsten würden wir uns für alle die Beschäftigten dort stark machen, dass sie eine Lösung finden, dass sie am Ende auch nicht arbeitslos sind.